Nachdem wir uns in den vorherigen Videos mit der Entstehung und Konzeption der auditiven Wahrnehmungserziehung beschäftigt haben, werden wir in diesem Video einen Rückblick auf die Rezeption, ihre Alltagstauglichkeit und den Einfluss der Sequenzen auf die Musikpädagogik insgesamt werfen. Dafür sollen zunächst einmal zwei Oldenburger Kollegen von Ulrich Günther zu Wort kommen, die 1984 eine kritische Bilanz der 70er Jahre ziehen wollten. Das von Ulrich Günther und Mitarbeitern gegen Ende der 60er Jahre entwickelte und im Lehrbuch Sequenzen dargestellte Konzept der auditiven Wahrnehmungserziehung ist sicherlich viel zu vielschichtig und viel zu politisch, als dass es heute als schlichtweg an sich selbst gescheitert bezeichnet werden könnte. Einerseits war dieses Konzept zu sehr ein Kind seiner Zeit. Sein scheinbares Verhalten muss vielleicht auch darin gesehen werden, dass es zehn Jahre später nicht mehr in die herrschende politische Landschaft passt. Andererseits ist dieses Konzept damals auch unter seinen Befürwortern keineswegs widerspruchsfrei gehandhabt worden. Und schließlich hat es in fast allen einigermaßen relevanten, modernen musikpädagogischen Konzeptionen seine Spuren hinterlassen. Was aber nun genau können denn Gründe sein, dass die Sequenzen als Gesamtcurriculumprojekt gescheitert sein könnten? Und gescheitert meint hier auch, dass nicht alle drei Folgen der Sequenzen überhaupt erschienen, sondern nur noch die zweite Folge, die aber dann nicht sehr gut ankam, sodass der Verlag die Arbeit schließlich einstellte. In der Festschrift zu Ulrich Günthers 60. Geburtstag, aus der ich eben zitiert habe, werden zahlreiche Personen um Stellungnahmen gebeten, wie sie selbst die Entwicklung der Zeit wahrgenommen haben. Interessanterweise kommen nicht nur Musikpädagogen zu Wort, sondern auch Lehrkräfte, die vielfach lange mit dem Buch gearbeitet haben, werden direkt zu ihren Erfahrungen und Gedanken mit den Sequenzen befragt. Die Autorenliste des Buches liest sich dabei insgesamt wie ein Who is Who der Musikpädagogik der Zeit und die Herausgeber hatten keine Scheu davor, auch kritische Stimmen einzubinden. Im Großen und Ganzen möchte ich die kritischen Überlegungen zu den Sequenzen unter vier Punkten zusammenfassen. Erstens, die bildungspolitische Situation. Zum einen kann man sicherlich festhalten, dass die politische Situation sich im Verlauf der 70er Jahre wieder dahingehend veränderte, dass Reformkonzepte zunehmend unterfinanziert blieben, die Gesamtschule sich eben nicht flächendeckend durchsetzen konnte und wertkonservative Kräfte in der Bildungspolitik sich davor scheuten, den fast utopischen Musikbegriff, wie die Autoren der Sequenzen ihn vertraten, in seiner Konsequenz zu übernehmen. Fred Ritzel und Wolfgang Martin Stroh stellen zumindest fest, dass vor allem die ältere Generation von Eltern und Kollegen Vorbehalte gegenüber den Sequenzen äußerten. Zu der mangelnden Umsetzung der Ideen hat sicherlich auch die föderale Struktur der Bildungslandschaft in Deutschland beigetragen, in der es damals wie heute vermutlich aussichtslos wäre, dass sich Lehrplanverantwortliche und Bildungspolitiker überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner bei Zielen und Inhalten des Musikunterrichts einigen. Zweitens, die Überbetonung der kognitiven Ebene. Beim Lesen des Lehrerhandbuchs und beim Durchschauen der Schülerseiten fällt auf, dass in den Sequenzen ganz im Sinne der neuen Wissenschaftsschule die Frage nach Parametern und Gesetzmäßigkeiten der Musik sehr im Vordergrund stand. Zwar verwiesen die Autoren durchaus selbst auch auf die Wichtigkeit der affektiven Seite der Musik, aber im Verlauf des Buches wirkt dies doch eher zweitrangig. Und so beschreiben denn auch Lehrkräfte selbst in der oben vorgestellten Festschrift, dass teilweise beim Durcharbeiten der Parameter die Lust an der Musik verloren ging. Dazu trug sich ja auch bei, dass die Tonbeispiele fast nie im Ganzen zur Wirkung kommen sollten, sondern immer nur in ganz kleinen Ausschnitten zur Erklärung eines Phänomens eingesetzt wurden. Dies ist zwar fachlich absolut nachvollziehbar, übersieht aber den offensichtlich menschlichen Wunsch nach einer holistischen, also umfassenden, Wahrnehmung von Musik. Drittens, die Konzentration auf die Musik der Avantgarde. Da viele Musikbeispiele der Avantgarde der 50er und 60er Jahre ebenso wie die Sequenzen selbst den klassischen Kunstwerkbegriff infrage stellten, war es nur logisch und einsichtig, dass die Musik der Avantgarde sich im Lehrbuch sehr gut für die Behandlung im Musikunterricht eignen würde. Hier konnten Phänomene wie grafische Notationen, Aleatorik, Geräusch versus Musik und elektronische Musik wunderbar im Rahmen der sechs Komplexe behandelt werden. Dadurch fehlten aber andererseits Bezüge zum Musikmachen, wie zum Beispiel das Liedersingen. Auch der Bruch mit der klassischen Kunstmusik war deutlich zu spüren. Obwohl die Tonbeispiele auf jeden Fall etliche große Werke enthielten. Trotzdem konnten sicherlich nicht alle Lehrkräfte vollends für den Einsatz von Stockhausen, Ligeti und Nono im Unterricht begeistert werden. Auf die Kritik der fehlenden Lieder hat der Verlag im zweiten Band noch versucht zu reagieren, aber da war es schon zu spät und andere Lehrwerke hatten den Platz eingenommen. Damit kommen wir auch zum letzten Kritikpunkt. Viertens, den Ansprüchen an die Lehrkräfte. Ob man dies den Autoren zum Vorwurf machen kann, da bin ich unsicher. Aber man kann wohl festhalten, dass die Utopie einer Beteiligung aller Lehrkräfte an der Erprobung und Entwicklung des Curriculums genau das blieb. Eine Utopie. Das Gros der Musiklehrerinnen hatte vielleicht weder Zeit noch Lust, die Aufgaben, die die Sequenzen an sie stellten, entsprechend ernst zu nehmen. Man wurde ja gerade aufgefordert, das Material zu bearbeiten, selbst zusammenzustellen, mitzuentscheiden und Rückmeldung zu geben, also tatsächlich aktiv in der Curriculumentwicklung zu sein. An dieser Stelle haben die Autoren vielleicht auch die Ansprüche des Alltags unter und die Neugierde und Aktivität der Musiklehrkräfte überschätzt. Auf der anderen Seite wäre es nun ganz falsch, wenn man denken würde, dass die Sequenzen in ihrem Scheitern gar keine Spuren hinterlassen hätten. Im Gegenteil. Wenn Sie aktuelle Musikbücher zur Hand haben, dann sollten Sie an dieser Stelle das Video stoppen und Sie sich einmal genauer anschauen. An welchen Stellen wird explorativ mit Klangparametern experimentiert? Wo werden grafische Notationen verwendet? Wo wird über Funktionen von Musik in der Gesellschaft geschrieben? Sie werden sicherlich auf etlichen Seiten fündig werden, auf denen Ideen aufgegriffen werden, die zuerst und vielleicht am konsequentesten in den Sequenzen umgesetzt wurden. Vielleicht war gerade diese Konsequenz das Verhängnis der Arbeitsgruppe Curriculum Musik. Was auch immer es gewesen sein mag, rückblickend hatte die Arbeit mit den Sequenzen sicherlich auch ihr Gutes. Damit sind wir am Ende des Moduls 4 angelangt. Nachdem Sie in diesem Modul viel gehört haben über die zeitgeschichtlichen Bedingungen der 60er Jahre und die Auswirkungen auf die Musikpädagogik Anfang der 70er, werden wir uns im nächsten Modul mit der erfahrungserschließenden Musikerziehung beschäftigen, die am Ende der 70er Jahre von Rudolf Nügrin entwickelt wurde.